hallo willkommen bei faddy von finn studio und einem neuen tutorial letztendlich zum audio interface von steinberg und zwar dem ur24c das kann man natürlich auch für alle interfaces nutzen die von steinberg sind zb das ur22c das 24c das 44c unterscheidet sich letztendlich an ein und ausgängen also generell der urc serie und wir haben im prinzip hier das 24c was ich mir gekauft habe dieses wunderschöne teil ist wirklich eines der besten audio interfaces das ich hier benutzt habe und ich wüsste nicht warum ich da mir eins kaufen sollte 4000 und mehr euro wenn ich dieses teil das ist wirklich klasse gibt es noch als zwei kopfhörer ausgangs variante aber ich denke damit mit dem einkopf ausgang bin ich ganz gut dabei sage ich mal zumal es jetzt dafür auch eine software gibt nämlich die nennt sich dsb mix fx die gibt es nicht jetzt auch schon die gibt es schon ein bisschen länger und da gibt es jetzt eine update version 3.0 da könnt ihr hier oben draufklicken und habt dann hier quasi die erläuterung dazu was das alles kann welche effekte dabei sind das ist letztendlich nichts anderes wie ein virtueller mixer für euer audio interface und den könnt ihr hier dieses update herunterladen zum beispiel oder eben schauen welche dsb basierten effekte dabei sind dass es hier einen neuen streaming mix gibt den ihr mit effekten belegen könnt ihr habt ein multi stream audio treiber das heißt ja mehrere ausgänge an dem audio treiber dran zum beispiel habt ihr den da w oder da ausgang den musikausgang was auch gleichzeitig der stream ausgang ist und den weiß ausgang dann könnt ihr dort auch verschiedene sachen anlegen eben ein virtueller mixer ja hier könnt ihr euch alles in ruhe durch lesen ich wollte im prinzip bloß kurz ein tutorial dazu machen wie man es an macht wie man es einstellt wie es aussieht so dass das jeder mal gesehen hat natürlich wollen wir jetzt hier nicht ins detail gehen wir sind immer noch bei einsteigern und das bedeutet ihr müsst euch da auch ein bisschen selbst einarbeiten natürlich werde ich euch grob die sachen zeigen wo ihr was findet und einstellt und was es bedeutet aber im großen und ganzen wollen wir natürlich dass ihr auch natürlich mit den sachen arbeitet und euch selbst vorantreibt denn es nützt niemandem was wenn man das einfach nur so gesagt kriegt dann kann man es nicht verinnerlichen man kann es eigentlich nur selbst verinnerlichen wenn man es auch selbst gemacht hat ja so ist es mit allen dingen auf dieser welt okay wir haben das ganze heruntergeladen das könnt ihr dann dementsprechend auch machen und installiert und wir öffnen jetzt unseren dsb mix und schauen uns das ganze mal an so hier sind wir jetzt im dsb mix fx mischpult letztendlich so nennt sich das und da will ich euch kurz zeigen was es hier alles zu sehen gibt letztendlich haben wir hier oben so eine leiste wo ihr eure einstellungen abspeichern können die nennen sich hier store und habe hier zum beispiel meine standard einstellungen schon mal abgespeichert kann aber auch die standard einstellungen nehmen die jetzt ihr steinberg schon mit liefert habe hier auf mein standard schon eingestellt sich überall minus sechs db ein bisschen runter gehe damit ich dann noch platz habe um effekte hinzuzufügen und so weiter um nicht gleich zu übersteuern also kann ich das hier oben speichern ich gehe einfach hier oben rein und sage okay hier möchte ich jetzt im store quasi das speichern sage dann wie es heißt zum beispiel szene 2 und dann okay und dann habe ich ja szene 2 kann das dann hier jederzeit auswählen zum beispiel ich würde jetzt hier einfach mal das mute rausnehmen und sage hier okay szene 2 dann wäre das bei szene 2 ja wieder drin so kann ich das ob ich zum gerade wenn ich jetzt was ich worauf ich gleich noch zu sprechen komme auch dieses audio interface als dj pult oder dj interface nutzen kann ja ich kann ja hier auf einstellungen gehen zum beispiel kann hier sagen ich möchte das als dhw audio interface nutzen oder als dj audio interface und dann kann ich hier in der dj szene quasi zwischen zwei szenen wechseln wenn ich irgendwas anders machen will und kann mir hier vorher schon szenen abspeichern die ich dann quasi als dj nutzen möchte also ist schon richtig geil und genial an sich ist richtig coole sache so wir wollen natürlich der w's machen weil wir es geht uns ja um qbs 13 jetzt sind wir schon einmal in den einstellungen die haben wir hier oben gefunden mit dem zahnrädchen was ja wohl jeder weiß hier kann man dann eben sehen dass die dhw eingeschaltet ist oder eben das dj pult so jetzt sehen wir erst mal wie das heißt ja gibt es auch nur eine auswahl nämlich das u r 24 c was ich mir geleistet habe das kostet glaube ich jetzt so um die 220 euro so dann haben wir hier so ein control panel wo wir uns aussuchen können wie viel wie groß die puffer size ist welchen standort wir wollen wegen der latenz kleine latenz standort oder stabile version das heißt ein bisschen größere latenzen ich habe das so auf 256 samples gestellt da hast du kaum eine latenz hörbar es ist völlig okay ja und natürlich welches device das hier ist dann sieht man hier noch die wenn man hier auf steinberg ur geht die kilohertz frequenz da gehen wir hier auf 48 da haben wir ein bisschen bessere qualität noch mal könnte hier bis zu 192 kilohertz gehen das natürlich quatsch wir gehen hier auf 48 das reicht vollkommen aus um studio qualität zu haben man können auf 96 gehen aber umso mehr speicher braucht ihr natürlich dann auch in eurer in eurem system ja also haben wir hier schon eingestellt alles dann können wir hier noch was lesen über steinberg und dann sind wir hier auch schon fertig mit dem control panel so dann haben wir hier die editor settings letztendlich und zwar können wir einstellen wie groß dieses display sein soll das habe ich jetzt hier auf 200 eingestellt möchte ich jetzt auch ungern größer machen wer will können das ausprobieren dann haben wir hier knob mode zirkular oder linear das heißt gräsförmig oder geradlinig ich sehe da keine großen unterschiede hier in dem mixer könnte man aber verstellen dann haben wir noch einen slider modus das heißt es betrifft dann auch immer mit sicherheit die geräte die angeschlossen sind gerade im dj-pult bereich kann man hier per touch das heißt stufenlos diesen regler verschieben oder man könnte zum beispiel per jump den regler verschieben und der regler würde dann an die entsprechende stelle springen sozusagen ist das wenn ich das richtig verstehe der unterschied dann haben wir hier noch das hpf setting hätte ich fast vergessen und zwar ist das die grenzfrequenz des hochpass filters für wen das auch immer wichtig ist ist hier 80 hertz eingestellt standardmäßig habe ich noch nie verstellt würde ich nicht verstellen bin noch nicht der experte um hier grenzfrequenzen zu verstellen da gibt es bestimmt welche die euch das genau erklären möchten und können das sind so kleine feinheiten für die ich einfach keine zeit habe gut okay das sind die einstellungen letztendlich hier könnt ihr draufklicken könnt euch die bedienungsanlagen runterladen ihr könnt dann natürlich auch noch verschiedene sachen das firmware update runterladen wenn ihr mit dem pc verbunden seid ihr könnt das ganze channel und das ganze den ganzen mixer im prinzip zurücksetzen so das war im prinzip die einstellung jetzt gehen wir in den mixer zurück hier gibt es im prinzip zwei einstellungen oder zwei mixer funktion einmal den standard mixer letztendlich den ihr nutzen könnt wo ihr eure eingänge habt wo ihr auch feststellt zum beispiel wollt ihr mehr ein input haben ja also den input im prinzip regeln das ist ja hier alles ausgegraut das heißt ihr geht mit dem drehregler an eurem ur24c und stellt hier oben ihr seht es hier oben oben seht das stellt ihr auf mix in der mitte zum beispiel sind beide sachen ausgegraut ihr seht ihr könnt ihr regler selber gar nicht verstellen sondern das macht ihr per drehregler das ist die einzige möglichkeit hier den anteil der 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 dhw oder des mixes letztendlich festzulegen das ist jetzt mit dieser neuen variante mit diesem zweiten mixer setting letztendlich dem stream mix setting alles anders hier habt ihr die möglichkeit alles selbst einzustellen zuzuweisen und so weiter und der ausgang des stream mix settings ist in diesem fall der musik ausgang letztendlich der ist gleichzeitig stream und musik setting also das heißt wollt ihr diesen stream mix mit seinen effekten alle nutzen dann müsst ihr diesen musikausgang nutzen in eurem aufnahmebereich oder in eurem windows zum beispiel wurde den als ausgabe nutzt dann immer auf musik stellen dann habt auch alle effekte die hier mit reingerechnet sind mit dabei so groß und ganzen haben wir hier natürlich vier mehrere spuren also wir haben hier einige spuren und zwar eins zwei drei vier fünf sechs das ist so eine sense spur letztendlich für effekte wo man zum beispiel hall room plate oder delay drauf legen kann das ganze kann man natürlich das ist ein bisschen größer als mein bildschirm hier auch noch bearbeiten ich schiebe euch das mal so hin und her damit ihr seht jetzt will ich nicht extra den bildschirm verstellen könnt ihr die regler verschieben etc und den raum verändern und so weiter das ist da könnt ihr euch austoben wie ihr wollt machen wir jetzt erstmal zu wir haben jetzt in dem fall den das war übrigens der hall das war der hall nicht der delay denken den wir hier bearbeiten wir können das nur jetzt auch noch mal schnell im delay zeigen damit das auch seht wir gehen hier auf delay und drücken hier drauf dann habt ihr natürlich den delay bereich hier wo er eben auch verschiedene delay time mono stereo etc einstellen könnt wie gesagt könnt ihr euch austoben also ihr habt ihr effekte als send effekte ja für diesen main ausgang letztendlich der habt ihr extra sogar noch mal effekte drauf wie ein multiband kompressor ja oder macht gar keine effekte geht genauso wir können uns aber auch den multiband kompressor mal anschauen den öffnen wir jetzt einfach mal und schieben den mit hier ins bild so da ist er und ihr habt dann natürlich die möglichkeit verschiedene bänder auf verschiedene weisen einzustellen das macht ein multiband kompressor ihr habt aber auch wie natürlich wie sollte es anders sein bei steinberg auch wieder sogenannte beispiele zum beispiel hart light und medium kompression also ihr seht ihr habt hier auch wieder eure presets am start wie immer bei steinberg so das heißt ihr habt jetzt quasi auch ein multiband kompressor den ja am ende auf diese summe legen könnt der dann über den musikausgang natürlich auch mit gesendet wird ihr habt aber auch hier auf dem musikausgang noch einen sogenannten dagger effekt und der duckt quasi alles weg was nicht der stimme entspricht also im prinzip ist das übers threshold und attack time und decay zeit und so weiter könnt ihr einstellen dass der dagger immer dann greift wenn du anfängst zu sprechen quasi als dj du redest ins mikrofon der dagger regelt in dem moment die musik runter und so wie du aufhörst mit reden im mikrofon macht er die musik automatisch wieder hoch auf standort lautstärke wie vorher wie stark der ducken soll das liegt dann natürlich an deinem gefühl also wie schnell erst machen soll oder wie langsam das könnte hier einfach auch einstellen wie lustig seid ja könnt ihr es auch anfassen und hier auch die duck die lautstärke letztendlich wie weit er runter regelt und so weiter das könnt ihr alles hier selber festlegen und ihr seht ja auch den ausgang wo es letztendlich rausgeht ja ihr seht das auch ja also das wäre dieser dagger effekt grob erklärt sage ich mal den müsst ihr nicht nutzen ja dann könnt ihr auch immer wieder rausnehmen und so weiter und natürlich habt ihr hier erst mal zwei mikrofon eingänge ganz vorne und da habe ich jetzt auch beide mikrofone bei mir angeschlossen ich sage mal hier vorne habe ich mein schur smb das relativ günstige gesangsmikrofon könnte man sagen ja dann habe ich hier mein mv7 von schur was wirklich mega cool ist das hat einen usb ausgang und normalen xrr ausgang also richtig geil habe beide hier schon runter geregelt auf minus 6 ja so dass ich hier für die effekte immer noch luft und zeit habe hier habe ich ein gate wo ich letztendlich das eingangs signal regeln kann ja auch wieder über threshold und decay zeit und so weiter das ähnlich machen kann genauso hier auch fast and slow zum beispiel weicher eingang oder harter je nachdem wie ich das will und habe natürlich auch einen kompressor hier noch mit drin der mein ganze signal quasi in der gesamtheit komprimiert sodass es da nicht so schwankungen gibt in der reinen sprachstärke und natürlich könnt ihr auch hier wieder hard soft und medium einstellen könnt sagen ob er singt oder ob ihr über das headset redet oder einfach nur redet alles das ist möglich das müsst ihr alles mal ausprobieren wie es für euch am schönsten klingt hier könnt ihr das ganze natürlich ein und ausschalten könnt auch wie gesagt immer auf das e drücken wie in cubase und könnt auch hier die einstellungen sehen letztendlich ja dann könnt ihr die effekte hier wieder ganz rausnehmen wenn ihr wollt und so weiter ihr habt ja sogar die möglichkeit mehrere effekte zu nutzen also ihr habt ja einfach zum beispiel in dem mikrofoneingang channel strip green crunch lead drive pitch fx zum beispiel könnt ihr eure stimme dann pitchen beim reinsprechen ja die formanten verändern letztendlich also ihr seht ihr könnt ihr auch solche effekte hier einführen ja und könnt quasi eure stimme in real time verändern oder ein bisschen verzerren und so weiter das ist alles möglich dann habt ihr hier noch eine effektstufe wo ihr das gleiche nochmal mit einem zweiten effekt belegen könnt und habt ihr unten wie gesagt das ganze noch zum gaten und komprimieren dann habt ihr hier die möglichkeit die sendanteile die anliegen hier vorne also hall delay und so weiter hier auch noch mit rein zu bringen ihr seht es ist leicht zu verstehen und ihr könnt hier eigentlich im prinzip nicht viel falsch machen letztendlich müsst ihr wissen wo denn eure effekte anliegen und wie ihr die letztendlich einstellen abstellen und zustellen könnt ja was hier noch vielleicht wichtig für euch wäre einmal dass ihr hier oben kanäle kuppeln könnt wenn ihr hier drauf drückt könnt ihr aus zwei monosignalen ein stereosignal im prinzip machen ja so ist das auch möglich ihr könnt ihr auch hier aufdröseln das wäre das eine dann habt ihr natürlich die phasenumkehrung und die phantomspeisung letztendlich die ihr drin habt ja dann habt ihr hier noch diesen fx rack button wenn der eingeschalten ist dann wird dieser effekt auf das monitor signal aber auch an die dhw software gesendet letztendlich dieser genutzte effekt der hier einstellt auf dieser auf dieser spur letztendlich auf diesem kanal und wenn das aus ist dann kriegt ihr das die effekte nur auf eurem monitor signal ja und das gilt natürlich für beide seiten das wäre hier noch zu beachten ja und ansonsten gäbe es jetzt hier erstmal nicht viel großes zu sagen ihr könnt das alles wie gesagt hier unten selber beschriften legt euch hier zum beispiel euer cubase drauf als dhw aber das sieht man ja schon als dhw hier könnt ihr auch rein streiten stream letztendlich damit ihr wisst wo das streammix anliegt ja und hier könnt ihr nochmal ein anderes gerät zum beispiel browser oder irgendwas einbinden womit ihr dann streamen wollt was auch mit reingemischt wird als signal ja dann war es das im prinzip erstmal grob gewesen und ihr könnt euch dann selbst ein bisschen da noch rein fungeln und so weiter das soll erstmal ein grober überblick für das dsb mix gewesen sein weil da gab es jemanden der sich das gerne in deutsch gewünscht hätte natürlich ist das jetzt nicht so umfangreich wie es steinberg selber macht das tut mir auch leid aber ich glaube vieles solltet euch einfach auch selbst erarbeiten da steckt ihr viel mehr herzblut rein als wenn ich euch immer nur alles vorkaue ihr solltet einen kleinen anstoß kriegen in die richtige richtung dass ihr euch dafür interessiert und den rest müsst ihr euch wirklich erarbeiten ich habe mir das auch selber beigebracht und natürlich gebe ich euch dadurch auch so eine kleine hilfestellung aber nur so kommt ihr voran als wie wenn euch immer irgendeiner ein platte hinlegt wo schon alles drauf steht solltet ihr gucken und euch mit dem mixer im prinzip hier beschäftigen und alles mal anklicken und probieren ihr könnt ja am ende alles wieder über einstellung auf reset drücken und dann ist dann alles wieder zurückgestellt wie ihr das vorher hattet also wie standardmäßig eingestellt ist also keine sorge ihr könnt da nicht viel falsch machen guckt euch das ganze einfach mal an und ich wünsche euch da auf jeden fall ganz viel spaß an dem mixer und ja schauen wir uns wir sehen und wir hören und sehen uns dann demnächst in teilnummer jetzt schlacht mich tot teilnummer 9 glaube ich sogar oder teilnummer 8 bei cubase da geht es dann um midi bearbeitung letztendlich da machen wir dann weiter und das wird auch nicht mehr so lange dauern ich habe eben wie gesagt ganz viel um die ohren gerade job wechsel und noch baby und dies und das da ist alles gerade ein bisschen schwierig deswegen wenn mal einer ein problem hat ruhig kurz anschreiben dann kann ich auch mal ganz schnell so ein kleines video zu machen aber so richtig in ruhe sage ich mal um einen neuen part von cubase zu erklären das dauert zeit das sind mehrere stunden wo man das erklärt bearbeitet schneidet und so weiter auch mit animation belastet so dass es dann letztendlich auch hübsch aussieht und das dauert eben auch eine ganze weile da bindet man schon mal fast den ganzen da ans bein auf jeden fall okay in dem sinne wünsche ich euch einfach ein schönes wochenende einen schönen sonntag noch einen restsonntag vor allen dingen und ich hoffe ich könnte euch ja wieder mal irgendwas mitgeben euer vati von finn bis bald